Er ist noch ein Klatsch, der hofft mit dem Ostrain. Hallöchen. Du wart eigentlich gerade am Dungen, ne? Nee, ich bin fertig geworden. Oh, das ist jetzt perfekt. Das ist deiner. Mission erledigt, Mats wird reingenommen. Das hier ist das kleine schöne Stück. Hey. Stückchen zum Ostrain. BKT nehmen wir nicht, sondern der Ossi wollte Mieters. Wir nehmen es erst mal direkt als Missstreuer. Nee, wir nehmen es als Anhänger. Wir nehmen es erst mal als Anhänger. Und einmal gekauft. Gleich wandeln wir es dann um am Hof oder wo auch immer. Zum Missstreuer. Und... Äh. Nee. Also, das sieht übrigens gut aus, wenn du findest. Du wirst es fast. Nee, auch einfach. Können die jetzt bitte mal ein Fenty da haben? Nö. Ich kipp dich gleich. Jetzt muss ich ja noch einen B-Trak fahren. Ist ja leise. Schweig. Dann fahr ich mit dem halt aus. Ah, ja, genau. Und wir haben noch einen Mod mit reingenommen. Den sollte man gleich erkennen, wenn wir dann Gülle fahren oder so. Dann sollte man den erkennen. Okay, beim Kalken wird man den wahrscheinlich noch mehr erkennen, aber... Oh, gut. Und gut, ich verrate es einfach so. Der Mod macht, dass die Reifen... ...die Bodentextur halt annehmen. Dass zum Beispiel bei Kalk die Reifen dann weiß werden. Oder bei Gülle halt so ein bisschen matschig. Das ist nicht verarschen. Was denn? Äh, der andere passt nicht in die Halle rein. In die Konfigurationshalle? Da, nee, das weiß ich nicht aus, weil er nicht heute eigentlich in die andere Halle rein stellt. Dann nimm doch den Düngerstreuer raus. Der wird ja dabei. Wenn ich es einfach schon hört, Alter. Ja. Hey, willst du dir jetzt schon Dünger fahren oder was? Auffüllen. So. Den Anleger stelle ich auch, das musst du schon mal da rein. Wir müssen den E-Kleis benutzen. Den müssen wir in zwei Minuten rausholen, den kannst du auch draußen stehen lassen. Ja. Toll. Den kannst du dir auch gleich zum Feld fahren. Ja, das muss er jetzt eigentlich noch nicht einmal. Du weißt ja nicht mal, bei welchem Feld er anfängt. So, dann kann einer parallel zum Drescher Dreckstgülle fahren. Quatsch, muss Gülle fahren? Nee. Muss ja noch gemacht werden. Hm. Ja. Achso. Achso. Und? Weil du gerade während du da rumstandst. Komm mal, wir können direkt Gülle fahren. Wir fahren halt die Gülle. Warte. Wir fahren Gülle einfach hinten auf die Wiese. Möchtest du zur Gülle fahren? Hm, nur kurz zu. Hey, Moment mal, der ist ja grün. Äh. Bist du über die Wiese gefahren? Äh, eigentlich nicht. Muss aber, weil der wird nur grün, wenn du über die Wiese fährst. So, eigentlich müsste ich für die Wiese fahren. Ja, es zählt auch schon hier oben, dieses Dreieck, ne? Da muss man minimal berührt haben. Ja, keine Ahnung. Alter, das sieht ja richtig fett, egelhaft grün aus. Musst dir gleich deinen B-Trag angucken, wenn ich dann auf der Wiese bin. Krass, krass, der schaltet. Das sieht doch in der Fall schon gar aus. Jeder fährt mit meinem Körper. Äh. Machst du eigentlich überhaupt was? Ja, ich warte, bis du fertig bist, du, Heinikopf. Warum? Fertig. Vorspulen oder was? Das auch. Ja, bin ich schon dran. Diese Heine, diese Heine kennt's hier. Ich weiß nicht, weil man den Straßen kann nicht durchziehen. Schlimm. Überall muss diesen Fall fast ausreichen. Ich kann schon mal ne Schadwärtsanhilfe zum Feld. Hey lol, der hier wird auch nicht grün. Also der hier wird gar nicht grün. Läuft. Jetzt werden die Reifen grün. Ausgeflügt werden, benötigt Kalk. Gedüngt 100%. Ist die Wiese 100% gedüngt? Boah, ich bin jetzt für die Wiese gefallen, obwohl ich... Das sind... Hä? Wie ist denn jetzt dieses Schneidwerk runtergefallen, bitteschön? Ist doch gut. Frag mich. Boah, Gott, Alter. Jetzt war ich gerade unten, als kann ich wieder hochdampfen. Boah, Mensch, hier sagt mir dampfen. Komm, mach Schotten auf, Alter. Hopp. Lass mich innen drischern, Leute. Ich verstehe nicht, wieso der Schneidwerk runtergefallen ist, aber... Ja gut. Die Sounds zum Anhängen hört sich einfach an wie vom Neuner irgendwie so. Ja gut. Oh, ich bin�lich so, wie das ist. Ich bin doch hier vom Neuner. Ich bin doch, ich bin doch lieber vom Neuner. Ich bin doch entities geworden, aber ich bin doch wozu, ich bin doch spotlight Basic Dolores. Ich bin doch tiene. Ich stell dir zum Beispiel oben hin, oder? Ja, mir. Ja, du weißt halt. Nee, gut. Jetzt kommt zurück hier. Schaffen auf. Au, warte mal, wieso? Spule ich eigentlich immer noch vor. Also du... Wobei, dann ist richtig reif. Ja, dann kann man auch direkt die Nacht überschwulen, weil nachts... Ja, dann haben wir zwar die... Jetzt halt nur auf die Kühe ein bisschen aufpassen oder auf die T-Shirt. Äh, nee, halt, stopp. Pferde. Pferde. Oh, gut. Nee, die Fälle müssen wir jetzt eh auch halten. Schon. Hm. Pferdstein. 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 Dann kommst du den Pferdchens. Pferdstein. Soon... Pferdstein. 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 Ich habe ihn noch einmal eingeparkt. Ja, ja, ja. Es nutze ich gleich eh. Und? Egal. Kann man natürlich nur abschalten. Ich bin mal gespannt, wie die ganzen Sachen nach der ersten Grasernte aussehen. Weil normal müssten die komplett grün sein danach. Oh. Oh. Oh Gott, oh Gott. Soll sollen. Es wird immer mehr, das andere dauert immer länger. Soll, nee, das sagt immer länger dauern. Weißt du, entweder beim Eimer war entweder fünf oder zehn Minuten dauert beim ersten. Fünf. Miete lustig Bumbo. Ich hab so einen Baum, wo du gegen geritten bist. Ja. Nein. Ja. Hallo? Der ist... Was machst du jetzt? Du ziehst hier auch noch einen Kreis, oder was? Nein. Nein. Ich such mir meinen Weg durch diesen dicht besiedelten Wald. Müssen wir mal fallen, gell, Fabi? Ja, nein. Gut. Mal zehn Kraft, dann kriegst du die Traumstimme von A und wer zuerst in den Trigger trifft, kriegt, äh, das ganze Geld. Schinken Kekse. Und darf damit machen, was er will. Oh. Oh, sie kapzt die Zweifel in den B-Train. Oh, mein gut, mit dem 10.50 springt dabei nicht rum. Das hab ich ja natürlich schön, ne? Oh, sie kommt mit dem 10.15 in den B-Train geschossen. Also, es liegen zwei, äh, einfach lang schonmal. Ob die voll sind, ist ne andere Sache. Ja, dann ist ja einer voll. Da wär der zweite Sport, dann ist ja einer voll drin. Oh. Ich find ein bisschen Mist wir dann gleich haben. Ich könnte auch noch mal auftanken und fahren. Ähm. Ja. Der letzte Schatten ist nicht voll, schon. Schnellt. Juhu. Äh, Bäume. Äh, ach, man. Ist das öde. Da ist ein bisschen was. Hast du's schon gehört? Oh. Sau. Sauber. Ja, guck. Sauberrararararararara, geht's nicht. Tschö, Röne. Ich werde dich mal fertig. Ja, bin ich schon nicht. Äh, Kühe, die sind da. Ja. 7 Tonnen Mist. Ist ja nix. Ja, wie ich das was zu den Dings reingeht, das ist wirklich nix. Äh, wo hab ich denn meine Fellen? Da. Oh, ey, was willst du wegfahren? Wolle oder was? Ich will die Wolle einfach nur aufladen. So. Ah, ist ein Glück heute. So. Äh, soll er vorspulen oder jetzt doch noch? Äh, mir egal, ich kann vorspulen. Ja. Ich konnte nicht ohne den Zaun, Alter. Doch, danke. Äh, muss das auch gestriegelt werden? Ja, muss. Äh, muss das auch nur dreimal draufstehen. Äh, funktioniert nicht. Ja, du musst da so ganz komisch dranstehen. Äh, ach so. Passt, danke. Farbe, tappt man wieder nur durch die Fahrzeuge. Ja. So, du bist. Ich. Perfekt. Warte, bevor du jetzt gleich dann schlafen gehen willst. Äh, ne, das passt von den Vollpaletten her. Buch. Haha. Kannst du sogar schlafen gehen? Ähm, Moment. Ähm, gut. Habt ihr jetzt mal nur 10 Stunden? Passt. Ey, das Dumme ist, wenn man hinten Licht anmacht. Und vorne Arbeitslicht anmachen will, dann geht vorne das Lichtkommet aus. Das war's. Das ist teilweise das Problem, weil ich eigentlich immer erst an der Seitenkonsole nur Arbeitslicht anmache, weil das viel heller ist, ja? Mhm. Und dann mache ich aber danach erst das normale Licht an. Dann mache ich das Arbeitslicht, aber ja auch wieder aus. Oh, hier oben stehen wir so ein kleiner Fiat. So, äh, soll ich schon später misst fahren? Ja, klar. Geht dann, geht dann schon noch so. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Schauen wir euch von uns an vorbei. Gebt dem hier mal ein Like, gebt dem hier mal einen Kommentar. Und wir sehen uns dann nicht mal wieder. Ciao. Ciao.